Ich habe bei einem Turnier des Streamers Falk teilgenommen und durfte sogar im Finale gegen ihn antreten. Und er hat mich gleich mal auf den falschen Fuß erwischt, weil ich mit dieser Aggressivität nicht gerechnet habe. Ich durfte mich davon nicht unterkriegen lassen, täuschte hier den Air Dribble an und hoffte auf eine Challenge von ihm. Der Touch war zwar unsauber, aber ich bekam den Ball trotzdem über ihn rüber. Beim 2 zu 1 hat er nicht ganz aufgepasst und ich kann den Ball hier locker ins Tor flicken. Er macht aber direkt den Ausgleich nach dem Kickoff, weil ich mich hier etwas verschätze. Darauf folgend forste ich ihn hier zu einem Save, bielte den Ball über die Corner zu mir selbst und nutzte sein Overcome mit. Und ich glaube, das hier war ein bisschen anders geplant. Er konnte daraufhin wirklich schnell recovern, deswegen legte ich mir den Ball erst einmal vor und schoss erst dann. Hier entfesselte ich dann kurz mein Inneren. Und hier sehen wir, warum man es beim Chasen nicht so übertreiben sollte. Doch kurz vor Schluss konnte ich den Sack zum 5 zu 3 zumachen. Damit habe ich das Turnier gewonnen. Gegen welchen Creator soll ich als nächstes spielen? Und Leute, ich muss euch was erzählen.